Musik Umsteigen auf Bus, Zug oder Straßenbahn Viele Menschen fahren täglich mit dem Auto. Doch das Umsteigen auf Bus, Straßenbahn und Zug hat viele Vorteile. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind günstig. Halbjahres- und Jahreskarten zahlen sich aus. Autofahren ist im Vergleich dazu viel teurer. Auch Taxifahren kostet viel mehr. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist man auch unabhängiger. Man geht einfach zur nächsten Haltestelle. Fährt man mit anderen Personen mit, dann muss man auf sie warten. Bus, Straßenbahn und Zug sind umweltfreundlich. Sie nutzen Treibstoffe wie Strom oder Wasserstoff. Benzin- und Dieselautos schaden der Umwelt. Die Abgase tragen zum Klimawandel bei. Weniger Schadstoffe sind in der Luft. Elektrofahrzeuge haben keine Abgase. Durch Benzin- und Dieselfahrzeuge entstehen viele Schadstoffe. Diese sind schlecht für unsere Gesundheit. Bus, Straßenbahn und Zug benötigen weniger Platz. Für Autos sind mehr Parkplätze und Straßen notwendig. Ein großer Vorteil ist auch die Sicherheit. Bus, Straßenbahn und Zug haben weniger Unfälle. Mit einem Auto und Taxi ist man nicht so sicher unterwegs. Weniger Fahrzeuge auf der Straße machen auch etwas weniger Lärm. § Fernbahn